Herr Pieler, da meine ich da ja, ich würde es gerade auf dem Ei stehen. Ja gut, da waren wir ja zusammen drauf. Und die Trikots sind schon, das waren mit die schönsten Trikots, die wir hatten. Ja, das war ein Leben, wie viele Jahre es war, das war VfL noch. Der LC ist ja erst entstanden, der 90er oder was. Aber ich sag dir eins, die Trikots heute, von diesem Jahr, die sind auch toll. Ja, ehrlich, habe ich sogar gesehen. Ja. Oh, ich habe das Auswärtstrikot. Ich habe das Auswärtstrikot, oder? Das ist Auswärtstrikot. Weiß ist immer zu Hause. Nein. Doch, ehrlich, ich habe gedacht, rot ist zu Hause. Gut, das ändert sich vielleicht mal. Aber die haben ja auch einiges vor. Ja. Und ich gehe ja noch rein. Da war schon früher mehr drin. Aber der Bauch ist doch da. Ja, das sind doch tolle Trikots. Traumhaft. Und Sie haben ja richtig was vorgenommen. Wollen tausend Dauerkarten verkaufen. Was? Tausend und ein roter Teufel. Oh, ein roter Teufel. Den will ich auch mal in die Hand nehmen. Ja, den will ich mal in die Hand nehmen. Super, ist so schön. Das weiße Trikot mit dem roten Teufel sieht gut aus, gell? Super, sehr schön. Ja, super. Das schaffen die. Mit der Prozente. Ja, das schaffen wir. Und wenn nicht, kaufe ich noch einen. Ja, das ist doch überall drin. Ja, das ist doch immer wieder. Wögel. Ja, das ist doch gerade drin. Ja, das ist doch schon.